Moin Leute, dann sind wir auch schon mal zurück auf Mordor. Wir machen genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil die Gegend einfach zu perfekt gelegen ist, um sich wegzuteportieren. Hier haben wir noch einen Informant, hier haben wir noch was für einen Dolch, noch mal was für einen Dolch, noch mal was für einen Bogen, ein paar Sammelgegenstände haben wir hier. Deswegen würde man sagen, wir arbeiten jetzt so ein bisschen rüber, mal gucken wie viel wir heute schaffen, ich hoffe ja... Alles. Es geht. Dann gucken wir gleich mal, ob wir von den Häuptlingen soweit alles freigeschaltet haben. Das ist doch ein bisschen scheiße, ich guck mal an. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ja... Ich bin heute... Bisschen, äh, lauffreuig und nehme auch keine Aufmerksamkeit um. Jetzt ist der eine runter, der dann oder wird, kann ich mich verarschen. Dann könnt ihr das allein mit dem Gehörg aufnehmen. Du machst meinen Kopf zu hier. Der ist noch nicht lang. Nein, zu weit, Alter. Nein, zu weit, Alter. Zack. Einmal für den... Einmal für deine Chefs hier. Die Stärken und Schwägen sind bekannt, Stärken und Schwägen sind bekannt, Stärken und Schwägen sind bereits bekannt. Was mit den Jungs hier? Alles bekannt. Das ist auch bekannt, das haben wir eben aufgedeckt. Bekannt. Jetzt geht es jetzt eher dann dran. Wir wollen uns gar nicht durchlesen. Weil das wird früh genug. Interessant, aber erst wenn wir die Person finden. Denn... Wir wollten hier gerade gar nicht so weit rumlaufen. Wir wollen jetzt erstmal die Durchmesserung machen. Und wieder im schlausten... Hinkommen. Gerade von schlau gesprochen ist schon, glaube ich, hier wieder rum wie so ein... Kleiner Trottel. Du schlaust... Schönen guten Tag. Danke. Und Tschüß. Du musst uns nicht da rein... Ich sag mal, ich will wieder hoch. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Ich glaube, er schon seit Stundenpatz. Zack. Hier der Diener des dunklen Herrschers, der ihn diese Nacht seinen Ruf folgt... Der in dieser Nacht seinem Ruf folgte, sollte den Morgen nicht mehr erleben. Machen wir. Ist überhaupt kein Problem. Wieder mit anlocken. Ist ja relativ easy, wie wir das mal festgestellt haben. Wir stehen einfach mit den Locken die an und dann stecken die Spruchkörper an. Das ist nur noch eins gewesen. Kann ich mich entdecken lassen. Zurüber gehen wir mal so anlocken. Das hört sich nicht gut an. Pfeilen wir voll. Ich muss teilweise immer mal nicht überlegen, wie wir irgendwie da runter kommen. Machen wir da drüben weiter. Wahrscheinlich sind sie zu zweit. Nichts entdeckt werden, bitte. Braucht mich da hinfallen, oder? Braucht mich. Braucht mich. Ja, scheiß auf andern. Das war dann einfach um den Bonus nicht zu gefährden. Ich stehe da wieder zu zweit, aber... Ich hab gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschlüffelt hat. Sie ist leider schon wieder hinten. Will wir wieder rüber gehen den? Das ist einfach ein Stück weiter weg gehen, anbloppen und wieder zurück und abtöten. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Wir sind nur am Rande des Gebietes, also entspann doch doch mal. Einmal ihn. Den haben wir schon einmal geworfen. Zack. Fertig. Kurs und schmerzenlos quasi. In der Fassung brauchen wir nur noch ein dieses Ding da. Das will ich haben jetzt hier. Jetzt können wir wieder schön... Ja, zwei von euch. Einer reicht, aber wer ist. Die Fähigkeit im Fuß da festzumachen ist gar nicht so schlecht. Gucken wir einfach mal schnell, wie viele... Okay, die sind alle neu hier. Machen wir mal dieses den und dann den ganzen Lenken, der neu ist. Und dann drehen wir uns um. Zack, Schelle. Du bist auch eine Schelle. Dich greifen wir. Hörn ihn. Zack. Ich denke mal auf. Stärken schwenken, gleich nicht bekannt. Ist doch gut. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Ja, du zündest hier gar nichts an. Volle, voll Nase. Gleit doch mal rauf. Das ist da drüben. Kommen wir dann drüber? Ach, wir haben die Träne, weil auch nicht den kann. Zack, danke. Schaufelbrot. Hier, das habe ich in Udun gefunden. Was ist das? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Udun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Uruk-Kai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort. Doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Du darfst gleich weiter reden. Wir haben eine Verbesserung gekriegt. Wissen wir gleich mal gucken, was wir so schön hier sehen können. Sofortiger Todesstoß, Übersprungbetäubung, Dolchhagel, Schulterstoß, Tödlicher Schattenangriff. Da ist der Todesstoß. Opfer von Aufzehrung und Klinghageltötung. Explodieren und lassen, okay. Kampfaufzehrung. Bin ganz ehrlich nicht sicher, was ich nehmen soll. Da lassen wir auch noch mal ein bisschen liegen. Ein bisschen mehr Punkte haben. Und ja, die lassen wir auch noch liegen. Ich hab keine Ahnung, was wir da nehmen sollen. Wir haben geschlafen. Da ist noch weiter schlafen. Keine Sorge. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Die Dinger der dunklen Herrschers waren in ganz Udyn verstreut. Und also gestiegen seine Bestie und seine Gegner nahe und fern. Niederzustrecken. Reite den Karabor. Alles klar. Finde den Uruk-Spaertrupp. Zusätzliches Ziel. Ich schließe den Aufmerksamkeit mehr von 5 Minuten ab. Sollte wohl einfach auf den drin. Da müssen wir da sein. Dann haben wir die Fäile. Verare. Und dann... ...sched. Und die Fäile. Dann wollen wir mitten durch da. Daaaahhhhhh Wenn wir so ein Hörer können wir nicht zählen Jaaaahhh Ah ah So wir versuchen wir die erste Dann ist das 2000 Meter fern 2000 Fisch Ah ah So wir versuchen die erste 2000 Fisch Töte 3 spinnen Ok 5 Geflügel und Tiere Sieht so ein bisschen witzig aus Ja Mit der Schrift hinter Drei Pfeile noch Nimm mal gucken Das wird eventuell noch mal kurz Nachkrafttechnisch betrunken Also vier, drei, drei so Den letzten so Gehen wir doch mal anders und schneller Die letzten auch fressen Und wieder 2000 zurück Und wieder 2000 zurück Also wenn wir jetzt 2 Minuten verbraucht Von daher Auch Probleme Leute Dürfen wir mal Jetzt durch Wir wollten euch auch nicht stören bei euren Festivitäten Aber ich muss sagen Ich habe echt lange Damals Als ich Es ist ja nun mal schon zwei Jahre her Dass das Spiel rauskam Ich habe echt lange überlegt, dass ich mir das kaufe Wenn ich dann spiele Dann wird es ja entschlossen, dass ich es nicht tue Ich muss aber sagen Das ist Quasi Ich kann auch spielen, Alter Das ist ein Fehler Weil ich hätte es ja immer damals kaufen können Damals nicht mal das Spiel Schleicht da jemand umher? Einfachest Einfaches Problem No Einfaches Problem Bist du ja feiltreffer wie ein trottel das können wir noch schaffen wir brauchen noch eine Pfeile wir können das ist ja auch das ist ja auch breites Fieber wir müssen irgendwas aufzehren ach scheiße schnell aufzehren absteigen 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 und bleibt hier durch den ins piech so der fast schiefgegangen ist aber durch 30 Sekunden können wir gelungen Ja, da rein. Für dich. Passt doch. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Gut. Wegen den Auftrag rennen wir jetzt nicht da runter, wir rennen direkt hier rüber und schnappen uns den nächsten. Wie spät haben wir das jetzt? Oh. Ja Leute, ich glaube ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Und ich werde schon mal hin. Und dann machen wir in der nächsten Folge. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.